hallo leute wir sind heute in arg unterwegs und wir machen den alpha mantikor boss mit seber und michi seber ist sogar hier oben verlinkt in der infobox schaut da auch gerne rein und ich wünsche euch sehr viel spaß wir hören uns gleich wieder am ende michi mach deine faxen hör auf mich zu verarschen hier wieder zu blau ne ja was sind denn unsere artefakte ich habe artefakte haben wir überhaupt keine krallen jetzt ja okay ich habe ich weiß noch für für gamma und für alpha gerechnet also ich habe beta außen vor gelassen du bist so clever i know und gut vorbereitet ich weiß man könnte meinen du bist professionelles dreamer ham nee doch schon ich finde es toll was du machst das ist jetzt scheiße von dir also wirklich wir sind jetzt keine freunde mehr und michi gefällt dir die aussicht wunderschön bis gleich da gehen alle drauf ich glaube auch dass wir alle drauf gehen aber ein versuch ist wert was hast du denn abgestimmt ich habe nicht abgestimmt ich habe nicht abgestimmt warum denn nicht weil ich nicht wollte so hat sie kommt mal da rein wir müssen jetzt gucken dass wirklich alle rechte mit dabei sind ach mist und es geht glaube ich nur bis zu diesem inneren rahmen und nicht bis zu dem äußeren also nur bis hierhin das tun wir mal da rein das auch manche haben keinen sattel diesen scheiße schwierig jetzt zu bewegen das kann weg der kann auch hier rein versuche jetzt erstmal alle hier irgendwie in die ecke zu stunden ist weg weg warum passt du nicht ist das dein ernst glück dass der rex da stand alter ja ich bin gleich auf dem rex und wollte dir eigentlich helfen ich will nicht an den rex ich will an die hallo da will ich hin also den rex kann ich nicht gut bewegen wir plötzeln die eier aus was machst du denn wie sieht der boot denn aus soll ich fragen moment eins nach dem anderen ja ja 31 prozent für ja 39 prozent für nein bei uns 60 auch meine güte ich bin fast tot leute echt was ist denn los wegen der hitze ja du hast dich nicht nackig gemacht ja ja ich habe hier junge zuschauer agi rein rüstung an ja alles tut ja los geht's jetzt zack zack nur was nacken hier jetzt geht doch was war denn jetzt los da kam sony ich habe jetzt alle folgen gemacht damit die schön hier bleiben ganz taft hallo du musst irgendwo auf den rex kommen da warum wurde ich nicht teleportiert was was ne ja ne ja wir können halt hier nicht raus oh mein gott direkt neben steffi in der mitte warst du denn doch zu niedrig vom level vielleicht nicht nein das kann nicht sein dann machen wir das nochmal ihr macht doch jetzt einfach mal ja wir können das halt nicht ohne also wir können halt hier eh nicht raus ja und selbst wenn ihr es schafft ist dann in ordnung ja dann machen wir es mit dir einfach nochmal off stream ja dann machen wir es mit dir einfach nochmal off stream ja doch sonst haltest du ja die sachen nicht frei ja ich habe schon zwischendurch landet landet was ein wichser entschuldigung entschuldigung ja ja vor allen dingen haut der ganz schön rein ja sind schon einige ganz schön angeschlagen ich komme nicht hin wer verliert auf jeden fall schnell gesundheit ja also das ist halt das problem wir müssen mal gucken dass die recht das ist jetzt kacke ja aber die meisten haben echt noch gut leben genau er hat schon gut was runter also ja 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 wir kriegen das auf jeden fall hin denke ich auch also er ist jetzt schon bei 90k 80k jetzt gleich ja ja das klappt locker du dass wir diesmal keine weiber mitgenommen haben achte auf dein leben ja 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 bei mir ist gut dann sieht es gut aus mein tag immer dieses stecken bleiben mit den rexen das ist das einzige was nicht mehr woanders hinzuholen und zu bringen ja entschuldigung alles gut ich bin so schnell angegriffen was wir haben jetzt geht das schon ordentlich wenn das abkriegs Es ist sinnvoller, wenn wir einfach stehen bleiben. Und warten. Irgendwie das Gefühl, er fühlt sich so gescheucht. So. Oh, einer ist gestorben. Zweiter ist gestorben. Fuck. Ja, aber er hat nur noch 40k, ne? Ja. Sind wahrscheinlich die ohne, ähm... Ja. Den kriegen wir, den kriegen wir. 20k, ja. Ja, ja, das schaffen wir locker. Jetzt kommen die Rock-Golems. Ja. Einfach ignorieren. Oder auch nicht. Na ja, macht ihr mal. Da sterben jetzt einige Rexe. Gleich befürchte ich. Aber selbst wenn ein paar sterben, ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch genug. Ja. Landet er? Nee. Er muss nur noch ein oder zweimal landen. Ja. Ah, jetzt landet er. 15. Uh. 12. 10. 10. 8. 10. 6. 4. 3. 5. Ja, 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 ja. Ja. Oh. Sehr gut. Das war tatsächlich nicht so knapp, muss ich sagen. Ich hab's mir knapper vorgestellt. Ja, ich mir auch. Also, wir können es gerne nochmal offstream dann nochmal mit dir machen, Michi. Ja, gar kein Problem. Damit du auch die Engramme kriegst. Müssen wir ja auch. Welchen Engramme sind denn das? Heckschild war das jetzt. Ja. Also, ist nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. Ja, ich denk's mir. Und ich glaube, Level Plus kriegt man bei Manticore nicht. Das kriegt man nur auf die Island. Und es werden ja eh nur Tags haben für die Karte hier, oder? Nee. Das zählt dann für den Charakter. Ja. Du musst den Charakter dann auch transferieren. Genau. Ja, musst du wissen. Also, wenn du es gerne möchtest, machen wir es gerne nochmal mit dir. Erstmal alles ein-Kryon, oder? Jep. Ist hier irgendwas in der Nähe? Michi ist in der Nähe. Ich bin in der Nähe, ja. Hier vorne steht die Kiste übrigens. Da ist auch ein Weihwand drin. Den hole ich jetzt mal raus. Ja. Mein Bild ist schon wieder herrlich. Ja, ich habe auf jeden Fall das Element und die... hier hinten ist ein Terrorbird, aber nicht allzu wichtig. Ja, aber hat doch geklappt. Super, Leute. Ich freue mich. Sehr, sehr cool. Alles wieder mitnehmen. So. Haben wir alle Tüten? Ich, äh, sehe nicht mehr viel. Aufgrund der Hitze. Also, ich sehe keine Tüte. Ah, ja. Ich auch nicht. Ah, Terrorbird. Au, 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 au. Möchtest du ein A gehen, Michi? Oder möchtest du hier auf dem Weihwand fliegen? Ich glaube, Steffi greift mich wieder. Oder auch nicht. Yay, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben die Map fertig. Naja, okay. Explorer Notes noch. Ja. Aber das machen wir, glaube ich, off-stream, oder? Ja, ich denke mal, das ist dann, glaube ich, ein bisschen zu öd. Ja. So, hat es euch gefallen? Ich hoffe schon. Und ihr hattet sehr, sehr viel Spaß. Lasst ein Like da und ein Abo. Ich würde mich tierisch freuen. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und wir hören uns dann im nächsten Video wieder, wenn es nämlich zu Aberration geht. Wir sind nämlich jetzt durch mit Scorched Earth. Und ja, das wäre wirklich toll, wenn ihr wieder dabei seid. Kommt auch auf Twitch und auf Discord. Bis die Tage. Tschüssi. Auf、背 sj.? Tschüssi. Tschüssi.